17, 18, ja, das reicht. Der Hauch der Geschichte biet mich an. Oder ist da nur die Türe aufgegangen? Herr Gott! Ups, der Schröding kommt. Wie krieg ich das jetzt schnell versteckt? Helmut, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Wem jetzt? Ich meine was? Der Dreck hier überall im Flur, in meinem Zimmer, in der Küche. Dreck? Ach, du meinst den Ton. Den brauch ich zum Basteln. Das sind viereinhalb Tonnen allerfeinster Kakarachi-Modellierton. Guck mal, wenn man mehr als drei Tonnen nimmt, gibt's dieses Anleidungsbüchlein gerades dazu. Der leichte Weg zum persönlichen Denkmal. Perfekte Standbilderstellung in drei einfachen Schritten. Helmut, was soll denn das geben? Lieber Schröding, auch dich weht der Hauch der Geschichte an, weil ich hier mit dir zusammen wohne. Mich weht hier nicht nur der Hauch der Geschichte an, mich weht hier vor allen Dingen der Hauch der Knoblauchgerichte an, weil du schon wieder beim Kebabmann angehalten hast. Willst du jetzt ein Kohlstandbild machen? In natürlicher Größe. Ungefähr sieben Meter hoch. Und daneben konnten wir leider für den Schirmherrn. Meinst du, ich konnte in Scharbingen fragen, ob er den Schirmherrn machen würde? Wegen der Tauben. Tauben? Ja, damit ich nicht auf meine Stadion kacken. Da muss natürlich immer einer mit einem Schirm daneben stehen. Schließlich ist der Rudolf Verteidigungsminister. Das wird fantastisch. Jetzt brauche ich nur noch einen Namen. Kein Problem bei sieben Metern Höhe. Kingkohl. Kingkohl. Kingkohl.